Wir bringen den magischen Winter direkt zu euch nach Hause mit den Einrichtungstipps von Möbelrock. Dafür hole ich mir eine richtige Expertin hinzu, die Lena. Jetzt zeige ich euch, wie ihr auch mit kühlen Wohnaccessoires für eine weihnachtliche Stimmung sorgen könnt. Für eine bequeme Ecke mit einem lässigen Schaukelstuhl und einer rustikalen Kommode habe ich Accessoires gewählt, die die winterliche Stimmung von draußen, von der Natur, in unsere vier Wände bringen. Auch wenn silberne Deko im ersten Moment etwas kühl wirkt, könnt ihr mit diesen Dekostücken in Verbindung mit Holzelementen warme Akzente setzen. Motive wie Tannen und Hirsche, aber auch natürliche Accessoires wie Tannenzweige oder Tannenzapfen dürfen da nicht fehlen. Auch bei diesem Look sorgen Lampen für eine gemütliche Stimmung. Diese sorgt durch ihr schlichtes Design für Eleganz in eurem Wohnraum und verleiht eurem weihnachtlichen Look eine moderne Note. Accessoires in kühlen Tönen bedeutet eben nicht, dass wir auf ein gemütliches, warmes Ambiente verzichten müssen. A Katz-Kühlen Tönen